40 Jahre nach der Tat Vier Jahrzehnte ist es her, dass Silke Meyer Witt an der Ermordung von Hans Martin Schlehe beteiligt war. Jetzt zeigt sie öffentlich Reue und geht auf den Sohn des Opfers zu. 40 Jahre nach der Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hans Martin Schlehe hat Silke Meyer Witt, 67, die Angehörigen um Verzauung gebeten. Die frühere RAF-Terroristin war wegen der Entführung und Ermordung Schlehes zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Nun traf sie laut Bild-Zeitung vergangene Woche mit Jörg Schlehe, 63. Dem jüngsten Sohn Schlehes, im mazedonischen Skopje zusammen, wo sie seit mehreren Jahren lebt. Sie begrüßte ihn mit den Worten, es klingt zu platt. Aber ich möchte erst einmal um Verzeihung bitten. Es hilft nicht viel, aber ich denke, dass ich immer ausgewichen bin, mich dem zu stellen. Seit 40 Jahren sucht Jörg Schlehe Antwort auf die Fragen, wie sein Vater die Geiselhaft verbracht hat und welcher Terrorist die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Nach dem mehr als siebenstündigen Gespräch mit Meyer Witt sagte er dem Blatt, Erstmalig habe ich aus dem Mund einer wegen des Mordes verurteilten Terroristin erfahren, wer die drei Personen sind, die bei meinem Vater waren, als die tödlichen Schüsse abgegeben wurden. Er hoffe, dass weitere Täter Meyer Witts Beispiel folgen. Schlehe bat zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um die Freigabe der bisher unter Verschluss gehaltenen Akten zu dem Mord. Bei der Entscheidung über mindestens acht Gnadengesuche von RAF-Morden in den vergangenen Jahren muss das Präsidialamt Einsicht in Aktenauszüge der Bundesanwaltschaft, des Verfassungsschützes und des BND zu den Morden bekommen haben. Genau dieses Wissen darf den Hinterbliebenen der Opfer nach 40 Jahren nicht weiter verwehrt werden. Zum 40. Jahrestag der Ermordung Schlehes hatte Steinmeier mit der Oktober ehemalige RAF-Terroristen aufgefordert, ihr Schweigen zu brechen. Bis heute ist nicht geklärt, wer Schlehe nach sechs Wöchige Geiselhaft erschossen hat. Vor dem Mord war der Versuch der Terroristen gescheitert, mit der Entführung führende RAF-Mitglieder aus der Haft frei zu pressen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.